Hey, meine Rabeauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Elinsky. Hallöchen! Hallöchen! Mit dabei sind Kalli und Sophia da ganz hinten. Die sieht man nicht, Leute, da ist der Baum im Weg, aber die ist da ganz hinten. Wir spielen heute wieder 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 Nerf Gun Bad Wars, weil das mega krass bei euch ankam. Leute, wir hatten auch ein Shop-Update, das heißt, es gibt jetzt andere Waffen, ja? Und die Waffen wurden auch ein bisschen konfiguriert und stärker und genauer gemacht. Das heißt, heute wird es ultra-OP, nicht so wie beim letzten Mal, wo wir alles daneben gesämmelt haben, ey. So, let's go! Let's go! Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Nerf Gun Battles sehen wollt. Wir können auch mal Nerf Gun Sky Boss machen, Nerf Gun Survival Games oder Nerf Gun Heidenzyk. Was gibt es noch, Nina? Naja, den ganzen Kram. Nerf Gun, Nerf Gun. Nerf Gun, Nerf Gun. So, wir machen mal 20 Diamanten, Leute. Ach, in der Mitte gibt es ja wieder Diamantblöcke. Sollten wir vielleicht, ja, ich glaube, das machen wir mal. Oh, das ist ja auch eine Protektik, Leute. Das mache ich direkt mal. Vielleicht ein bisschen Rüstung so für den, für den, für den, ja, hier so einen Helm. Kann ich mir hier eine Truhe? Ah, das hätte ich mir vielleicht... Oh nein, mir fehlt ein Dia. Okay, ein Dia holen wir uns noch. Zack, katsching! So, ich mag Emeraldos, aber wieso kauft der dann alles mit Diamanten? Erwin, das musst du dir, glaube ich, nochmal genau überlegen, diesen Plan. Das verstehe ich nicht ganz. So, okay, let's go. Wir bauen uns in die Mitte. Ich habe passend dazu, jetzt verrate ich, Nina, zwar die Taktik, aber egal. Ich habe passend dazu zwei Enderperlen. Oh Mann, die habe ich mir auch geholt. Hallo, eine zum Hinschmeißen, eine zum Zurückschmeißen. Nimm das! Ey, geh weg! Ihr habt keine Nerf, keine müssen wir das mit der Hand machen. Oh Mann. Ein Diamantblock will ich nur haben! Ich lasse dich nicht an dem Dings, Elina, den Dropper. Weil ich bin mir alle Flöcke raus. Ah! Die war so schlecht geschnitten, Elina. Oh Mist, man verliert ja all seine Sachen. Ach ja, stimmt, ist ja Bad Wars. Diamantblock, da war er. Ich will jetzt nicht zu gierig werden, Leute, weil Elina kommt doch hier bestimmt direkt wieder angerusht. Nein. Ich habe einen zweiten Diamantblock. Okay, Kalli ist da noch in seiner Base. Sophia auch. Du, okay. Wir machen den dritten, Leute. So lange können wir drinnen bleiben, aber dann gehen wir direkt mal zurück. Dritter! Da kam er auch direkt. Und, was schaffe ich das? Go! Alter, war das knapp. Obwohl ich die voll hochgeschmissen habe. Was geht ab mit der Enderperle? Mega knapp, Alter. Ja, das hast du gehofft, Elina, wie du genau hingeguckt hast. Ja, ich habe dann gelacht. So, okay. Wir haben drei Diamantblöcke. Das sind, jetzt haben wir 40 insgesamt. Wir können so ein Knarre. Okay, wir beginnen direkt mit der Nerf Vortex Nitron. Aber ich würde mir am besten zwei Knarren kaufen. Nämlich, es gibt noch eine Sniper. Dann hat man so zwei Waffen. Eine für den Nahkampf. Eine für den Fernkampf. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöde. Okay, ähm, mehr essen. Zwei Enderkisten, Leute. Die Taktik kennen wir ja. Bessere Rüstung, okay. Zwei Diamanten noch. Dann holen wir uns mal die... Oh, Kali ist in der Mitte. Kali ist in der Mitte. Oh, was? Ich wollte mich da gerade hinschmeißen, Elina. Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Der hat übelst gespart. Das ist ein Sparfuchs. So, ähm, ich bin ready. Wir brauchen nur noch die passende Munition. Ich glaube, das war die hier, oder? Yeah! Let's go, Leute. Bam, bam. Bam, bam. Ein paar mehr Blöcke könnte ich vielleicht auch noch kaufen, wenn ich schon mal dabei bin. Oh, Kali hat Sophia gekillt. Das ging ja viel schneller als beim letzten Mal. Letztes Mal hat das ja 100 Jahre gedauert, bis da jemand... Okay, let's go. Ähm, okay, eine... Oh, Sophia, die kommt direkt wieder an. Ohne Sachen? Achso, die will ihre Sachen einsammeln. Sie hat ihre Sachen aufgesammelt. Ah ja, clever. Stimmt, kann man natürlich machen. Oh, warte mal. Kann ich ihn runterschießen? Oh, komm. Nein, das war so knapp, Elina. Los! Nein! Er ist echt durchgekommen. Ey, es war so knapp, Elina. Das glaubst du nicht. Oh nein, oh nein! Ah, ich hab doch gehört, dass du mich geshootet hast, ey. Ja, renn mal lieber zurück, Elina. Renn mal lieber zurück. Auch besser so. Okay. Jetzt haben wir die Mitte unter Kontrolle. Ja, ich bin ja eigentlich schon mega gut ausgerüstet. Ich greife mal jemanden an. Ich greife mal Sophia an. Ich glaube, die ist nicht so... Ich glaube, Kali ist ganz OP. Der war ja auch in der Mitte. Enderkiste platziert. Hä, wer lädt denn hier nach? Das ist voll laut. Steht hier unter wie einer? Ne. Okay. Sophia. Ja, die hier sitzt da auf der... Getroffen? Wow! Das ist wie so ein... Wie so eine Pinata, wenn man jemanden killt. So mit der Nerf, wenn man jemanden trifft. Weißt du, dann fliegen alle Teile raus. Alle Süßigkeiten. Ich glaube, Sophia hat hier ein kleines Problem. Man trifft mit der Waffe echt... Das Upgrade ist krass. Man trifft viel heftiger, Elina. Oh, oh. Nein, sie greift mich mit der Hand an, Leute. Oh, oh, oh. Geht down. Jawohl. So, wir bauen ab. Hä, wieso kann ich abbaue? Ach, wegen der Waffe vielleicht wohl. Okay, wir müssen nachladen. Sie zieht mir nichts ab, Leute. Gar kein Problem. So, jetzt aber. Jetzt klappt das Ganze auch. Wir bauen ab. Kann ich hier? Mensch, geh doch weg. Jetzt habe ich sie aber. Zack, ich habe sie. Haha. Haha. Toll. Haben wir die Wand getroffen, Leute. Wir gehen hier, wo es... Oh, oh, oh. Oh, Kalli greift mich an. Das tut ja weh. Das tut weh. Aua, aua. Hä, wo ist sie denn hin? Sie war hier. Oh nein, sie ist hier dahinter gelaufen. Da ist sie. Weg, Sophia. Hä, ich treffe sie nicht. Jetzt habe ich sie, Leute. Damit ist Sophia raus aus dem Rennen. Echt? Jetzt schon? Ai, 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 ai. Nimm das, Kalli. Oh nein, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Ja. Nein. Ich glaube, das ist nicht klug, was du da machst, Kalli. Doch, es ist klug, weil ich absolut... Ja. Letzte Rille, Leute, habe ich getroffen, indem ich davor 40 daneben geschossen habe. Hat keiner gesehen. So, okay. Wir haben die Mitte unter Kontrolle. Sehr schön. Wer ist denn mal kurz? So, okay. Und jetzt looten wir hier. Vielleicht kriegen wir noch einen Block raus. Ich habe auch Enderperlen von ihm bekommen. Jawohl. Wir haben genug gesammelt, dass es Zeit für die Sneeper. Komm ruhig, Anni, die Enderperlen heben wir auf, vielleicht, um anzugreifen. Muss ich auch jetzt hier nicht sinnlos alles verschwenden. So, auf zurück. Evina, hast du schon einmal in der Mitte überhaupt? Ja, einmal. Ah ja, stimmt. Am Anfang, da habe ich dich ja gekillt. Stimmt, ganz vergessen. Meine Rüstung ist fast kaputt. Ich muss mir einen neuen Helm kaufen. So, euer Helm ist da ausgerüstet. Okay, wir kaufen. Als ob ich jetzt hier nicht genug habe. Hä? Okay, wir müssen auf 30 sparen. Noch ein Block. Ja, Fatzki. Ich wäre vorsichtig, denn Kalinski läuft da gerade auf dich zu. Kleiner Tipp, Elina. Ich brauche noch die Munition für diese Waffe. Ist das die hier? Nee. Die hier? Ja. Okay, wir nehmen mal doppelt mit. Okay, jetzt haben wir genug. Wartet, für die nehmen wir direkt auch noch, damit wir schon dabei sind. Okay, das sieht gut aus, Leute. Nachgeladen? Ja. Die laden wir auch noch nach. Wir nehmen die No-Knock-Back-Potion. Ach, ich habe gerade eine... Oh, Elina. Ja. Ich habe gerade ein... Du hast gerade eine Eulina. Cool. Eulina? Habe ich Eulina gesagt? Oh, er hat Full-Rüstung. Den würde ich auch kaufen sollen. Oh, 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 oh. Geronimo! Oh, 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 oh. Nein, die war nix. Oh, 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 oh. Nein, jetzt habe ich alles... Ich habe alles verloren, wirklich alles. Och, Mann, ey. Oh, oh. Nein, oh mein Gott. Jina ist K.O., ey. Das hast du die ganze Zeit umsonst ge... Ich hab alle meine Sachen verloren, ey. Wo liegen die jetzt in der Mitte? Oh, die Kalli hat's ja aufgesammelt schon. Eigentlich muss man aus Kallis Kiste irgendwas klauen. Der hat bestimmt geile Sachen. Das Problem ist, ich hab ja eine Enderkiste in die Mitte gepackt, aber ich hab ja gar nicht gedacht, dass ja jeder die benutzen kann. Ich hätte die verstecken sollen, ich Idiot. Das hab ich gar nicht bedacht bei der Taktik. Oh, 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 oh. Okay, da müssen wir uns jetzt beeilen, Leute. Er will kommen. Wir müssen schnell farmen, damit wir gegen Kalli uns verteidigen können. Elina, du musst ihn hinhalten, ich brauch noch Zeit um genug Diamanten. Ich mach ja, ich mach ja. Oh, ich dachte, er hat dich gekillt, weil, oh, das ist meine Waffe. Sorry, Elina. Okay, ich lauf dann mal lieber weg. Ja, mach das mal, ey, aber lauf bitte nicht zu mir. Lauf zu ihm, baue sein Bett ab. Oh ja, gute Idee. Und ich bin da der Dritte, der lacht. Ich will nur eine Sache noch, aber da komm ich nicht hin. Okay, schade, blöd gelaufen. So, wir machen uns hier ready für Kalli. Laden, oh, warte, laden nach. Hilfe, Hilfe, ich glaub, jemand schießt auf mich. Oh ja, und wie jemand auf mich schießt. Hei, 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 hei. So, ich hab die Moni. Okay, was brauch ich noch? Ich brauch noch Blöcke. Brauch Essen. Okay, ich brauch noch acht Diamanten für die Brustplatte, Leute. Und noch ein bisschen was für Essen. Okay, zehn Diamanten, dann greifen wir Kalli an. Jetzt läuft er zu Sophia. Na, die ist schon raus. Ja, aber da bin ich gerade. Ach so. Hä, aber wieso? Ja, ich will ihn jetzt auch nicht abstauben, Leute. Ich will ihn erst mal im Battle hier. Oh! Die ist gelandet, die Dina. Jawoll. Oh. Oh, ich hab Kalli vorher auch schon gekillt. Das war Double Kill. Double Kill und ich bin raus. Hab ich nicht mal gemerkt, ey, dass ich Kalli da gekillt hab. Hä, muss ich ja voll viel abgezogen haben. Hö, hö, hö. Dann hat Kalli Back-Abrüstung, das ist die Frage. Oh, 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 oh. Oh, ha? Oh, oh. Er hat Back-Abrüstung. Oh ja, oh ja. Davor hat er gesorgt. Oh, oh, Alter, das tat weh. Das tat weh. Aber das will ich auch, ey. Das dauert ein bisschen. Ja, der kann nicht mehr viel haben. Aber ich glaub, er hat bestimmt kein Essen, wenn ich Glück hab. Okay, Leute, ich stürm jetzt rein. Go! Nein, das war keine gute Idee, reinzustürmen. Yeah! Jawohl! Du musst dein Bett noch abbauen. Er hat locker noch mal Back-Up, Elina. Oh, du hast das Bett nicht abgebaut. Ich warte nach, ich kann nicht schießen. Jetzt. Uh, uh. Ah, ha, ha. Hey, Bett abgebaut. Oh, oh. Oh, oh. Es war aber übel knapp, ey. Es war mega knapp. Ja, ja, Kalli, du bist vorbei, mein Guter. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr Nerf Gun Videos. Abonniert auch meinen Kanal kostenlos. Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das unbedingt. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. Tschö. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020